Leute, was geht? Heute gibt es mal wieder eine Reaction mit Dave. Falls in dem Video irgendwelche Abschnitte der Musik fehlen sollten, dann hängt es an der Urheberrechtsverletzung. Das tut uns natürlich leid, dafür können die aber nichts. Und ja, viel Spaß. Wie finde ich, dass Bowser sich anhört wie Dings? Bowser? Ja, das stimmt. Würdest du dir jetzt schon bewerten, damals? Ja, der kommt ja nicht, oder? Ja, mach mal weiter. Komm. Video. Video, Digga, ist eine gute Acht. Musikalisch, Musikalisch ist das auch eine gute Acht. Die passen sehr aufeinander, weil die Stimmen halt so klein sind eigentlich. Also die Stimmfarbe. Songtext ist nice. Ja, was für eine Benotung gibst du dem Text? Auch nach. Okay. Also es gibt ein Video, sechs. Wow. War cool so, aber irgendwie, ich weiß nicht, hab ich nicht so gecatcht. Text war sieben. Musikalisch, also die haben sich halt echt lächern gehört, so. Und Video mit dem Lied und dem Beat und dem Text. Das hat halt gepasst, das ist schon so eine neue. Ja. Okay, 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 okay. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch da und ein Abo werden. Sehr nice. Sehr nice. Bis auch.